Herkömmliche Mixer zerkleinern Lebensmittel lediglich, Entsafter trennen nur Flüssiges vom Festen und Slowjuicer sind einfach nur bessere Saftpressen. Vergessen Sie das! Denn hier kommt die Innovation des Jahres, die alle anderen Geräte einfach nur alt aussehen lässt. Wir präsentieren Livington Fitmix Smart. Livington Fitmix Smart verarbeitet alles und setzt dabei die Nährstoffe zu 100% frei. Das Geheimnis ist die einzigartige Smart-Mix-Technologie. Die perfekte Symbiose aus intelligenter Technik, einem leistungsfähigen Power-Motor mit 20.000 Umdrehungen pro Minute, unseren bewährten Piranha-Messern und einem lebensmittelechten und bruchsicherem Tritan-Behälter. Die Kombination aus Behälterform, abwärtsgerichteten Strömungslinien sowie den Dynamik-Rampen am Boden verdichten den Inhalt so stark, dass die Messer die Zellulose-Panzer der Pflanzenfasern aufbrechen und dadurch alle Vitamine, Mineralien, Enzyme, Proteine und Ballaststoffe extrahiert werden. Und nur dadurch können diese auch endlich von Ihrem Körper zu 100% verwertet werden. Kurzum, Ihre Lebensmittel werden zu absolutem Superfood. Mit nur einem Smart-Drink pro Tag können Sie den gesamten Tagesbedarf an Nährstoffen abdecken. Ein Sättigungsgefühl setzt ein und Sie verlieren so auch noch ganz automatisch Gewicht. Die von uns entwickelte Zwei-Programm-Automatik sorgt außerdem dafür, dass Sie bei der Zubereitung nicht mehr dabei sein müssen. Wählen Sie einfach Programm 1 für Säfte, Smoothies und Shakes sowie weiches Obst und Gemüse oder Programm 2, das für Sie die härtesten Aufgaben erledigt. Voll automatisch und immer mit einem perfekten Ergebnis. Ihre tägliche Energieladung wird somit zubereitet, während Sie sich ganz anderen Themen widmen können. Und der praktische LED-Timer zeigt Ihnen, wann das Programm beendet ist. Möchten Sie den Vorgang trotzdem selbst steuern? Auch kein Problem. Beenden Sie das Programm einfach mit einem zweiten Knopfdruck. Absolut smart und mühelos erledigt sich natürlich auch die Reinigung Ihres FitMix Smart. Piranha-Messer und Mixbehälter einfach in die Spülmaschine und fertig. Bereiten Sie sich also dank der Kombination aus intelligenter Zwei-Programm-Automatik, unseren bewährten Piranha-Messern und dem speziellen Tritan-Behälter Ihren täglichen Smart Drink im Livington FitMix Smart. Schnell und ohne daneben zu stehen. Und genießen Sie ihn dank des praktischen To-Go-Deckels jederzeit und ganz bequem auch unterwegs. Smart Drinks für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden, Ihr gutes Aussehen. Das alles schafft nur der Livington FitMix Smart.